servus zurück zu an revel wir haben heute den montag montag ich habe für morgen kein material deswegen nehme ich jetzt gerade noch erlaufen über für morgen für den stück auf und ja schau mal wie das hinhauen wird ich weiß nicht ich muss ich jetzt auch noch ins training und ich würde sagen wir gehen gleich mal zu entgleist es könnte einfach runter und wieder sind wir anscheinend im wald oder täusche ich mich da jetzt sieht auf jeden fall sieht nach wald aus ja was ich vorhin noch sagen wollte ich habe jetzt dann in zwei stunden ungefähr training start oder wie viel hat man ich werde jetzt hier noch einmal dieses entgleist aufnehmen wenn ich morgen weiter aufnehmen für euch natürlich und morgen kommt vielleicht auch ein video werde ich auch wieder aufnehmen dazu warum jetzt so viel nicht kam das sind zwei mädels ihr zwei töchter oder waren doch zwei mädchen oder täusche ich mich da wofür ist das gibt es etwas besonderes und da gibt es nichts okay da gibt es fahrern da hinten geht es ein und anscheinend wie am wald und gleichzeitig am fluss das ist eine schlange oder aber jetzt gerade spiegs und da fisch und da fisch fisch und da fisch und da fisch und da nicht ohne zu das macht ich da bloß so aufzug Und upsala. Hm. Ah, okay. Ich schaue euch mal eine Runde, ob es da unten etwas gibt. Da unten gibt es nichts. Okay. Hoi. Und ups. Da geht's auch was. Okay, gut. Da komme ich so noch nicht ganz hin. Noch einmal. Und. Hm. Ich werde unten. Muss doch so gehen. Schwingen. 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 Komm ich da nicht hin? Oh, okay, gut, dann lassen wir das. Ich werde jetzt hier da nicht die ganze Zeit dranhängen. Okay. Hm. Ähm, Anoholz. Nein, 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 nein. Ich war zu lange rück. Aber bei dem Spiel ist echt schwierig, ich weiß nicht genau, was ich da am Glück sagen soll. Nachdem es einfach nur so schön ist. Okay, gut, da geht's nicht. Ui. Schwingen. Schwingen. Oh, das war knapp. Oh, lopp. Nein, da nichts. Nichts. Ah. Oh, das war vieler. Aha. Nein, 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 nein. Komm hoch, 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 Janie. Joch. Wir müssen anscheinend eben wieder um das drehen, aber ich weiß doch nicht, wie. Och, Meno. So, dann lieber. Also wenn es so weitergeht, dann brauche ich länger Eis. Ne, drei, vier, stunde. Hier habe ich jetzt eigentlich für heute auf jetzt die Aufnahme so eine halbe bis drei, vier, stunde eingeplant. Damit ich noch genug Zeit habe, mein Zeug herzurichten für das Training. Nein, nein, das war vieler. Jetzt auch geht's. Mir geht's jetzt einfach mal hier fest. Okay. Ich weiß aber noch nicht, wofür das genau gut ist. Hm. Und jetzt? Hm? 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 Hä? Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste irgendwie... Okay, das ist falsch, Richtung. Glaub ich irgendwie. Ich glaube, ich müsste das in eine andere Richtung drehen. Du, das ist jetzt schon richtig. Hm. Hm. Hm? Hm? Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020